Musik 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 Hallo Digga Ja Fasching war schon voll geil Ja, hab euch Miller gesehen Aber Tywin, du warst voll nüchtern Warum? Ey, ich war irgendwie Ich weiß nicht, warum Also ich fand's gut Ja Ey Leute Es ist euch nicht ein bisschen zu kalt hier Nein, nein, wir werden doch Ja, ist echt so Habt ihr keine Lust mit ins Juts zu kommen? Nein Was ist das? Das ist ein Jugendzentrum, wo wir alle hingehen können Was brauchen wir nicht? Wir haben doch hier eine Warnung zu trinken Ja, aber das sieht doch ein bisschen asozial aus, wenn wir hier eine Warnung zu trinken Ja, ist doch nicht schlimm Ich find die Idee nicht mal schlecht Ja, aber warum asozial, sonst trinkst du auch eine Warnung? Ja, aber mir ist geil Ich möchte gerne ins Barnung Dann ruf ich jetzt mal die Smeni an Ja Ja, Smeni Hallo Hallo Smeni Hier sind ein paar Jugendliche am Barnung Könntest du kurz herkommen? Ja, bitte Okay, danke schön, tschüss Möchtest du dann schon mal mit uns mitkommen? Ja Dann soll mich helfen? Es tut mir leid, ich würde gerne mit Ja, ja Ich auch Mach dich Tschüss Ja 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 Ja, warum bist du teilweise mitgegangen? Also ich fand es wirklich eine dumme Idee Ja Das war's halt aber Hallo Ich bin gerade angerufen worden, was ist denn hier los? Wir trinken Oh, das haben wir doch schon durch Ich weiß doch, dass es wieder Ärger gibt mit den Leuten Ja, aber es macht Spaß Ja, wir machen auch gar keinen Ärger Können wir uns schon mal was anderes machen? Lass uns noch mal eine Kochaktion stattnehmen Wir zu Swarm, wir können Musik hören, wir können kochen Weiß nicht Ja, es war aber schon lustig hier Also ich war auf jeden Fall hier Auf gar keinen Fall mit Was war lustiger? War ich falsch? Ja, immer trinken, machen wir was anderes Ja, okay Ja, wir können mal Perfekt Nein Ja Tschüss Tschüss Tschau Also Vanessa und Selina ihr zwei, ich muss erst sagen, habt ihr echt gut gemacht Sehr lecker Danke Boah, ist ja voll cool hier mal Wenn es selbst spielt, wenn ich euch gespielen kann Ja klar, mal einen Okay Ist ihr bereit? Danke Also Svenny, ich habe meine Bewerbung geschrieben Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit mir selbst Aber ich fände es schön, wenn du einfach zur Sicherheit nochmal drauf schauen könntest Mhm, finde ich gut Und ich gucke das nur drüber Ich habe sogar die richtige Bewerbungsnappe für dich hier Echt? Ja Svenny! Ich habe den Ausbildungsdruck Ja, warte! Nein 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 alle mit zum Ausflug nehmen. Was sollen wir denn da machen? Ich will euch ja mitnehmen, aber ich hab nicht für alle Platz im Auto. Leute, mein Jungs-Mobil, was haltet ihr davon? Das wäre mein absoluter Traum, damit können wir auch die Ausflüge machen. Sehr gut, sehr schön. Hallo. Hi. Was ist da? Ja, ich glaube nicht. Ähm, ihr habt ja geholfen vom Bahnhof wegzukommen. Und als Dankeschön hätte ich zwei Sachen. Und zwar, ich werde euch auf jeden Fall helfen bei der Suche nach einem neuen Jungs-Mobil. Und einige wissen das vielleicht, aber ich kann ein bisschen tanzen. Und ich wollte euch fragen, hättet ihr Lust, vielleicht ein bisschen tanzen zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020